schön dass ihr wieder dabei seid ja und eingeschaltet hat mein name ist dennis aka fraganstalk ja und ich zeige euch heute zwölf sexy dürfte für die strandbar oder auch strandparty könnt ihr sehen wie ihr wollt auf jeden fall sehr schöne entspannte geile dürfte dabei und ich denke mal wir wollen uns auch gar nicht weiter aufhalten und gleich mal loslegen der erste kommt von gritty und ist ja neroli extreme also wer auf neroli steht da der ist hier gut bedient würde ich mal behaupten neroli bis schon abwinken ja 47 11 style aber jetzt kommt er ist einfach besser als ganz ganz viele neroli dürfte weil er im background eine cremigkeit hat und ein ganz anderen bisschen weg einschlägt trotzdem hat er neroli style also für leute die wirklich neroli mögen ist dieser oder dann kommt ihr gar nicht an diesen duft herum problem ist nur wirklich die hyperkeit da muss ich das wirklich auch mal sagen weil der kostet ja auch ein bisschen und ja leider ist nicht so viel power am start das ist aber auch typisch bei neroli dürften aber ja es ist ein strand duft finde ich und deswegen habe ich noch genommen für die ja strandbar könnt ihr ihn auf jeden fall gut benutzen der nächste kommt von searcher von ist uden ja uden ist wirklich ein absolut geiler cremiger zitrischer vanilleduft der immer ein zum träumen und zum entspannen einlädt wirklich nice legt euch am strand wie gesagt es geht ja auch um die strandparty beziehungsweise strandbar aber daneben legt euch und guckt aufs wasser genießt das geht zur bar holt euch richtig geilen ja was ich was wenn was ihr mögt trinken mit ananassaft mit eis was ich und denn hier diesen duft tragen kommt einfach wunderbar an der ist einfach lecker ja und viele sagen der ist mit den skulptur von nikos verwandt ja aber wirklich nur verwandt wenn ihr sie eins zu eins testet ist natürlich der unschlagbar auch das oder parfüm von nikos ist gut kommt aber an den uden nicht ran denn als nächstes jahr sauvage very cool spray hält bei mir richtig gut hat eine geile bergermotte die viel geiler hier rüber kommt und er kühlt richtig ab da kommen richtiger sprühe raus richtig power und ja ich weiß nicht ob es das noch gibt wie gesagt meine dürfte sind unten so gut wie es geht verlinkt aber wenn es heiß ist und das geht auf jeden fall an der strandbar very cool spray von sauvage und sauvage kommt einfach immer noch an also macht euch keine gedanken sorry ist einfach so egal wie viele leute oder was andere sagen dieser duft funktioniert einfach von der ohr als nächstes haben wir den louis beton pacific yes der afrikosen daddel style duft dazu eine frische auch geil ist leicht süßlich der passt natürlich perfekt am strand ganz klar an pazifik am besten noch und dann habt ihr den richtigen sagen ihr müsst euch la santa monica beach malibu beach was ist auch alles dafür beaches gibt auf jeden fall der duft kommt nice hält seine sechs bis sieben stunden manchmal auch weniger kommt auch an was wie eure haut an diesem tag ist wenn sie so wie heute gerade jetzt ich meine dürfte sollten und der sommer dürfte sollten dazu ausgelegt sein wenn man schwitzt soll es trotzdem gut halten aber ja es ist kein beast mode aber es ist ein geiler duft mit der leichten süße durch die aprikose und vor der dattel und dann kommt richtig nice als nächstes haben wir wieder ein glöhn durch wie ich immer so schön sagen zwar der lom ideal cool ja und der kühlt so wunderbar aber vor allen dingen wegen der wegen den waldmeister style ich wollte minze sagen ja aber waldmeister style absolut nice müsst ihr suchen ist leider eingestellt worden verstehe das alles nicht genauso wie das das cologne ich kann das einfach nicht nachvollziehen aber irgendwo findet man ihnen immer und solltet ihr auf jeden fall zustand richtig geiler schöner waldmeister duft kühl frisch dazu also ich kann es nicht nachvollziehen ich bin froh noch einzuhaben ich habe nicht spät gekauft ich habe hier nicht gleich gekauft und ja ist aber sehr geiler duft so dann kommen wir zu einem zara durft der kostet 17 euro und ich habe den jetzt wirklich ausführlich getestet und der ist so geil wenn es warm ist diese orange und diese ja ich würde ja es ist schon süß eine süße orange aber das ist sowas von lecker und hey gute sechs bis sieben stunden freunde ja zara orange test wow absolut nice und da liegt die betonung auf nice also was soll ich anders sagen für 17 euro könnt ihr überhaupt nichts falsch machen überhaupt nicht falsch machen und bombastisch gut wirklich bombastisch gut wirklich nice 1a unbedingt kaufen so als nächstes haben wir die simone andreoli und zwar malibu party in the bay yes und das ist natürlich ein richtiger geiler stand duft beziehungsweise auch party strand duft oder auch an ab an der strandbar weil hier habt ihr lieben mette richtig geile limette denn kokoswasser zucker und rum absolut nice da kriegst du ein zu viel das ist so ein geiler duft ich finde ihn besser als sehen also wird schon eine worte sie sind sich sehr ähnlich aber er hält ja länger er hält bei mir pass auf bei mir das ist natürlich ich habe schon was anderes gehört aber bei mir ich habe die nach zwölf stunden noch wahrgenommen bombastisch den müsst ihr euch holen die müsst euch holen holt ihn euch jetzt wir gehen ja langsam ne also der sommer ist da und ja party in the bay auch hier wieder la style obwohl auch miami style wer miami schon war natürlich in ocean drive das ist hier das ist ocean drive ein paar film es gibt ja so welche ich fand jetzt es gibt einige die mit miami in verbindung gebracht werden die dürfte aber die nicht irgendwie meiner meinung nach nicht dort irgendwie passen aber der passt definitiv so als nächstes kommen wir zu laura biagiati rom ja mein duft überhaupt leute merkt euch dass das ist mein duft das ist der dog sein duft früher wo ich jung war ich habe dafür komplimente an der kasse bekommen das war der duft den ich als erstes alleine stehen gehabt habe zu hause natürlich habe ich früher leben mal schon geraucht und auch eingespült von meinem onkel und so weiter aber dieser duft und er wird es immer bleiben und gleich vorweg für die leute die jetzt wieder was raushauen ich habe auch die vintage version ich finde es ist ganz gut geblieben so stark war also die stärke ist ähnlich und es hat sich nicht viel verändert außer der tiefgang ein bisschen aber hier mandarin die vanille und so weiter in ja passt also man kann roma oder diesen duft perfekt perfekt im sommer tragen viel besser als im winter und dann merkt er einfach diese geile süße denn die mandarin er kommt ja über die mandarin es ist so geil und dann die vanille wow das ist mein duft und auch der flakon sieht einfach nice aus absolut geil so als nächstes haben wir ja den deor am sport ja ich finde ihn einfach gut weil er lange hält eine richtig coole zitrone hat die iris wurde weggenommen sommerliche zitrone ich finde immer bei diesem flakon sieht man immer alles sommerliche zitrone und den könnt ihr auch 20 minuten mal kurz in kühlschrank stellen das ist schon sehr nice kühlt ab gleich noch mal ich habe es ja bestimmt bei herbert stricker gesehen weil viele ja mal sagt nee da kannst du nicht geht kaputt obwohl hier gar nicht so auf tik tok hatte ich das mal erwähnt und da kamen die leute gar nicht drauf klar naja das ist auch so ein bisschen anders dort drüben und auf tik tok aber fakt ist der g 20 minuten rein es geht nichts kaputt ans kühlt ab richtig geile frische ohne die iris ich finde in diesem fall passt das wer die alte version hat hat ja die iris version und ja saugeil richtig gut acht neun stunden am start doch dann kommen wir zur john pogodier le beau aber diesmal das original das erste also nicht das parfüm sondern auch hier ja ihr habt einfach auch natürlich fruchtigkeit frische süße und natürlich kokos das ist ein duft der ist so aufgebaut das le parfüm ist mehr pinaculada noch extremer und hier habt ihr aber der geile süße auch wie gesagt bergamotte denn kokoswasser oder kokosnuss wie auch immer und der kommt richtig nice ja le beau solltet ihr auf jeden fall muss da nicht viel zu sagen ihr kennt john pogodier dürfte sie sind trotzdem süß aber sie kommen einfach gut an so dann haben wir noch einen john pogodier und zwar die pride edition le mal pride edition für den sommer das ist die 2022er version das müsst ihr aufpassen hier ja oder so fakt ist ja egal fakt ist hier haben wir auf einmal den t 1000 am start ja das ist ein sehr geiler strand duft der sehr nah am on the beach von louis beton am start ist nur dass der hier neun bis zehn stunden aushält und absolut genial ist absolut genial eine geile frische eine leichte süße im background und ich sage immer wieder wenn ich den sprühe dass ich begeistert bin noch blut orange und dann die süße richtig nice richtig geil den solltet ihr testen wie gesagt er schaut jetzt nicht so aus mit diesen super sachen da an fakt ist geiler durch kommt jetzt oder ist jetzt die 2023er version auch rausgekommen ist glaube ich soweit ich weiß soll sie identisch sein so dann haben wir ja mein lieblings strand duft sun man immer noch ich habe mir schon wieder ein video ja aber es geht doch nicht anders leute es geht doch nicht anders was soll ich sagen es ist einfach ein strandhof der beste strandhof ever egal ob nische was da kommt das ist ein geiler strandhof das ist einfach sonne sand mehr body lotion sonnencreme in ein flakon deswegen habe ich hier auch 200 ml der begleitet mich mein leben lang schon mehr sage ich nicht habe die ganze zeit den jetzt vorgestellt sau geil und ich habe gesagt zwölf nein da muss ich lügen ich muss jetzt noch mal ganz kurz zu meinen düften gehen ihr hört mich also ich nehme euch mit fakt ist dass ich einen duft vergessen habe ein duft habe ich vergessen das kann doch nicht sein dass ich diesen duft vergessen habe und den werde ich euch jetzt definitiv vorstellen wenn ich denn endlich mal da rausbekommen habe aus diesen ganzen düften ja und das ist der da bin ich wieder terry möglichst absolut nice dieser duft absolut nice den hatte ich ganz vergessen also 13 dürfte hier habt ihr einfach ja ein orangen nee ein ja doch orangen eis sagt man viel aber wenn so eis riechen würde sage ich ja mal würde ich nicht essen aber ihr müsst euch ungefähr das split vorstellen und hier habt ihr leider gibt es nicht mehr ich muss den jetzt mal mit rein nehmen ich muss den einfach mit rein nehmen ich muss den als extra bonus mit rein nehmen geiler duft so das war meine sexy strand bar dürfte schreibt mal runter welche benutzt ihr so und dann denke ich mal sehen wir uns bald wieder genießt die sonne leute und dann sehen wir uns bald wieder